Mafiosi, äh, Peter, äh, was, was, Mikkel? Gott, ich hab mir, Robin, ich hab mir das Video angeschaut, was du mir geschickt hast. Was hat die... Robin. Der hat auch so'n blauen Basten, ne, Enes. Warum ist der zweimal explodiert? Was soll die Kacke? Das ist GTA. Alter, nein! Heilige Scheiße! Hahaha, ja, wo dieser Jump? Äh! Wichser! Ich weiß nicht, wie ich den Tyrann getunt hab. Warte, ich will dir den Tyrann zeigen. Ey! Ey! Hahaha! Das nur, äh, Gangster-AK. Komm! Jetzt müssen wir ganz weg. Komm! Komm! Höver! 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 Alter, das war geil Bye Raus Schnell Ey guck mal, zieht das aus wie so ein Alter, warum schießt du auf mich auf? Oh Gott Hilfe Stop a grow for life Ich hab da umgedrehen wollte Batsch Komm die, was war ein Fettament, Fettament, Fettament Oh, das war noch ein paar Wien für den Metzikappen Hallo Bulle Okay, der ist gestorben Hi Robin Ich nutze erst mein Eis Funktioniert denn das halt hier? Meine Jacke hängt durch den Boden Ich kenne die McDonalds Erdbeermilkshake, genauso schmeckt mein Eis Ja, ähm, nein, die Eismaschine ist kaputt Alter, wie geil Cockpit Yo, liebe Leute, NKTV ist wieder am Start Okay, okay, halt die Schüsse Alter, Rocco, du dreckiges Piesgesicht Rocco Alter, Rocco, du bist so ein Ja, richtig dreckig, du bist böse Ja, richtig dreckig, du bist böse Yo Yo Nein, 12 Da fliegt einfach so random ein Auto durch die Luft So ein schöner Tag Ein Auto fährt durch die Luft Und ein Volatol fühlt sich wohl Ein riesiger Papierflieger hinterher Riesiger Papierflieger Ja 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 Bisschen dreckig Du kriegst jetzt so hart Ich weiß, ich hab jetzt ganz genau eine gute Taktik überlegt Nein Meine Hände hab ich hier, guck Das gehört Bruder Was Jetzt hast du mich aber echt sauknapp verfehlt Mon dieu Da wurde wohl einer gefickt hier aus dem Nix Da Presserberg irgendwo in der Luft Da fliegt er Da Da Ganz klein Nein Nein Ach komm schon Ach komm schon Oh Gott Das krieg ich hin Junge, wenn du so weitermach triffst du mich nie Ich mach das einfach so lang bis du weg bist Spastenkind Ich kann nicht mal in den passiven Modus wechseln Hilfe Oh, jetzt kommt der wieder von hinten und trifft mich dann wieder nicht Der schießt immer vier Raketen Ich weiche vier Raketen aus und dann ist er am Arsch Junge, er hat Kopfkirchen, warum geht niemand auf ihn drauf? Ich will da nicht einsteigen Ey, ich will draufklettern Oh Digga, das ist ein verfickten Kill Hast du mich nicht gesehen? Ja, ich bin drin Ich hab das gedacht, dass du mich an einen bösen Ort bringen willst Dann hab ich Angst bekommen